guten morgen der andreas joachim von der ademax heute wieder da und heute wollten wir mal ein video machen weil der chef eine idee hatte da bin ich und die idee ist schon etwas länger also sehr sehr lange aber in september hat form angenommen heute ist märz und in september 2022 hat fahrt aufgenommen heute sind wir geliefert worden und zwar man sieht leicht im hintergrund von einer urenfirma pierre lanier heißt das ist in frankreich im elsass eine sehr sehr schöne uren manufaktur und zwar war das mein zweiter arbeitgeber nach mcdonnells und ungefähr im jahr grob geschätzt 1999 2000 war schon 2000 2000 also grob geschätzt gestern da habe da habe ich gearbeitet und war sehr beeindruckt weil das auch in einem dorf war und also neben savern in erneusheim mehr oder weniger genau zu sein und der hat in seiner garage angefangen und dann wo ich damals gearbeitet haben war insgesamt 100 leute an der uhren hergestellt ich nicht ich war im lager da war der lagermeister und chefhausmeister oder wie man das nennt heute so damals heute gibt es da bestimmt geile namen für und ja und war beeindruckt wie die die uhren da wirklich gefertigt haben also in frankreich und heute immer noch die wände also wirklich in einzelne arbeit nach wie man sehen so eine uhr herstellen gemacht und dann haben wir lange darüber nachgedacht und wollte ich auch mal so eine so eine uhr für die firma machen eine eigene uhr mit leichten änderungen weil wir haben jetzt 100 und 100 stück gemacht davon hat natürlich jeder der in dieser wunderbaren firma arbeitet ein stück bekommen jetzt haben wir ein bisschen weniger als 100 und dann wollen wir die auch mit auf die webseite schmeißen einfach nur weil wir es haben und ich hatte da auch darüber nachgedacht diese uhren für bestimmte aggregate mit dazu zu geben was aber das erzähle ich nur weil ich eben marketing erzählen wollte was ich aber was aber glaube ich kein sinn macht weil sinn hat nun mal keine billiguhren die irgendwo hergestellt werden zusammengeschustert werden und die kannst du für drei euro kaufen sondern sie sind schon relativ teuer hochwertig sagt man hochwertig teuer sagt man nicht hochwertige uhren in handarbeit gefertigt in frankreich da weiß man schon mal der franzose hat auch mindestlohn der über zehn euro liegt somit nicht ganz so wenig weil so eine uhr ist ja auch nicht in zehn minuten zusammengebaut und genau und also macht keinen sinn beim aggregat einfach dazu zu geben so nur weil dann kriegt er die sagt hier was ist das für ein china billig scheiß was es nicht ist wartet berlin habe ich in deutschland kaum gehört da wird denke ich mal 99,8 prozent noch nie was von gehört haben und dann sagt er einfach gefällt mir nicht schmeiß ich weg verschenkt sie noch nicht mal weil man meistens kriegt man ja nur schrott geschenkt warum soll man gute sachen verschenken vor allen dingen als normale firma an normalen kunden und wenn du dann dazu schreibst geschenkt im wert von 400 euro 500 euro oder sowas ist dabei eine uhr dann rufen die höchstens an und sagen ja dann nehme ich die uhr nicht rabatt oder sowas weil sie das einfach nicht zu schätzen wissen weil sie die arbeiter hinterlisten deswegen bieten wir sie zum kaufen an aber für mich ging es hauptsächlich um die angestellten dann ein paar werbegeschenke an unsere hauptlieferanten 1 2 3 und so was und dann leute die sie halt wirklich tragen wollen weil sie sie halt gut aussehen viel geredet nichts gesehen ich weiß nicht ob man ich mache die spannung so ich habe sie um fangen mit der frauen uhr an die frauen uhr habe ich die nach meinem geschmack die beste ausgesucht die so zur auswahl gab mit leichten veränderungen ich hätte mir leicht was anderes gewünscht ist aber bei frauen sehr schwer weil frauen ja männer können ja auch eine sportuhr mit dem anzug weil früher war ja nur eine sache um eine uhrzeit abzulesen heute ist ja eigentlich egal was auf der uhr steht ist ein mode accessor außer so eine apple watch oder oder so andere digitale zeit mess wie lange habe ich geschlafen und das aber mode accessor ist es sehr schwierig gerade bei einer frau die richtige uhr zu finden man hat ja eigentlich auch nie eine uhr wenn man uhr träger ist sondern 4 5 6 7 8 und dann wird zeit schwierig und deswegen habe ich halt diese uhr ausgesucht diese uhr hier sieht man das sind natürlich alles automatik uhr schicke sehen die aus wir sind ademax logo drauf dann steht unten ademax 2008 2008 ist nicht mein geburtstag ist das gründungsjahr von ademax und natürlich haben die auch hinten war noch mal zeigen wenn wir schon hier online sind haben die nach natürlich hinten auch hier also noch mal automatik mit der französischen flagge und dann sind die natürlich hinten sehen wir jetzt nicht nach sie war nicht aber auf jeden fall ist die hinten offen wie sie vorne offen ist sieht man nicht wenn man sein handgelenk hat aber sieht man halt ist schick geschmack kann man streiten aber es wenigstens qualitativ hochwertig und eigentlich auch sehr schön anzuschauen und auf jeden fall hier bei den mädels bei uns in der firma haben sie entweder gut gelogen gut geschauspieler oder sie fanden sie schick müssen noch ein bisschen kleiner machen ein bisschen größer machen anpassen müssen wir so halt die uhren aber so ist es ein passheit nicht hat da nicht jeder so ein handgelenk wie ich wo jede uhr passt das ist die männer uhr männer uhr kommt mit zwei armbändern mit einem stahl armband oder aluminium oder was auch immer und ein leder man sieht man sieht man in der kamera wahnsinn da guckt ihr das an sie ist auch hinten offen innen auch offen sieht man auch die mechanik leder armband zum tauschen einfach klick klick getauscht das sieht richtig gar nicht aus das ist technik das ist hier in frankreich gebaut gemeistert gemacht automatik musst du schütteln musst du dich bewegen zack zack led die funktioniert ist ist der hammer ist da mal so sieht das aus also hochwertige uhren bieten wir einfach mit an guck mal was passiert und das telefon klingelt das ist ja unfassbar der macht telefonie aus ne hört man das weiß man nicht müssen erwarten dass jemand aber auf jeden fall wer dann fragen dazu hat können wir gerne fragen im hintergrund läuft hier sagt ja lanier 1977 gegründet wir haben uns dabei unterstützt haben uns sehr geholfen beim design beim preis natürlich bei der geschwindigkeit weil doch relativ schnell ging auch wenn september bis märz lange klingen kann aber die wurden ja auch extra hergestellt gefertigt geändert was nicht alles dazu gehört den shop wenn man irgendwo beim preis liegen um die um die 300 euro ungefähr plus minus 50 müssen wir gucken ja wir machen es aber so gut wie möglich und wenn er fragen hat sagt einfach bescheid schreibt in die kommentare wie gesagt es war mir eine herzensangelegenheit was in mein zweiter arbeitgeber war mein erster richtiger aber mcdonald's man weglässt und meine firma bei der ich sehr sehr viel gelernt habe erfahren habe und super spaß gemacht hat ich danke schön und auf wiedersehen